hallo und herzlich willkommen zurück zu der aufnahme ich habe eben ja die verwendung zum server verloren und mal gucken ob es jetzt wieder besser läuft da fällt mir ein priorität vergessen steckt die waffe dem hier abbrechen aber jolo verpiss dich oh man alter jetzt muss ich zum ding jetzt kann man mit dem schnellen taxi heute ist echt nicht mein tag ich habe schon das zweite mal mein tuch jetzt geschrottet super das hände jetzt noch nicht mal stumm geschaltet der auto ist geklaut dann auch wurde geklaut ich wollte mal sagen dein auto wurde geklaut oh gott einer leckt es gerade ähm nix mit Letter, List, Show, Drei, Sechs, Zehn, Fünfunddreißig. Datum 26.12.2014, 3.26 Uhr, Absender, Server, betreffend 20 Bitpoints Geschenk bekommen. Hallo Buster Gamer, herzlich willkommen. Als Willkommensgeschenk hast du ihm 20 Bitpoints erhalten, die du in unserem Auktionshaus ab Level 3 verwenden kannst. Schade ihm doch mal einen Besuch ab. Grüße. Na okay. Don't messen mit mir. aber Mose Yolo Bratwurst 124 Ach, warte, da bist du, da bist du. Hi. Ich will nicht bezahlen. Ach, warte, ich steck mal ein. Nein, ich muss ja bezahlen, nein. Raus. Ach, warte, du fühlst mich ein bisschen, Joey? Äh, äh. Ich will schon mal hoffen, dass das jetzt hier dein Solzantan ist. Es ist C dran. Motor und Motor. Jo, ist deiner. Hier ein Trick, wieso bist du so leise? Jendrik. Loll, okay. Ja, fahren wir noch ein bisschen hier rum. Bei sieben Minuten jobben bringt das auch nichts mehr. Jetzt fahren wir mal ein bisschen rum. Damit ich mir hier ein bisschen klarkomme. Mit der Map. Hier auf RPG. Ne, Map kenne ich ja schon auswendig. Aber auf manchen Servern muss ich erst mal klarkommen, wo alte Sachen sind. Also hier weiß ich, ist immer Standard die Grove Street Base. Das ist eigentlich immer Standard. Da liegt Pizza. In die Zeitschriften. Hier ist nix. Ist hier irgendwas interessantes? Nein, auch nicht. Hier. Ist das irgendwas interessant? Nein. Und da ist der Puff. Kann man da rein? Nein. Leider nicht. Ist hier sonst irgendwas mal interessant hier? Mein Gott, ey. Da ist der Fahne. Also Gangfightgebiet hier. Da auch nochmal. Mann, 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 ey. Ich find hier auch gar nix. So, was ist denn da unten? Das interessiert mich, dass das Wort brennt. Ah, okay. Hier ist halt irgendein Autoverleih. Motorradverleih. Keine Ahnung. Oder Motorradshop. I don't know. So, was ist hier? Hier ist ein stinknormales Haus. Können wir mal kurz mal reingehen? So, gehen wir mal jetzt kurz rein. Mal gucken, ob er da ist. Ashley. Klopf, klopf. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay. Keiner will mich haben. Okay. Dann geh ich mal. Oh, der Motor. Licht. Kisten. Häuser. Häuser. Ja, okay. Ja, Licht war ja so schon aus. Das vergesse ich immer. So, wenn wir was sagen, wir gehen jetzt mal in unser Haus hier. So, hier ist unser wunderschönes Interior. Schön kann man das aber nicht nennen. Was trinkt, wenn man die Putzka vorbeikommt? Okay. Ja. Ich habe eine winzig kleine Idee. Eine winzig kleine. Ja, okay. Dembefehl gibt es wenigstens. Arkick, push, whip, kiss, concert, smoke, DSLAPS, wave, hide, leg, cross, arms, drop, men, lock out, love, hands up. Wow, okay. Und ja, ich würde mal sagen, das war's. Von der Folge ist diesmal. Um kein Video mehr zu verpassen, liken, abonnieren. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao.